Es war spätabend, als K.A.R. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Lassen Sie es sich gesagt sein, dass ich der Landvermesser bin, den der Graf hat kommen lassen. Landstreicher manieren. Meine Gehilfen mit den Apparaten kommen morgen im Wagen nach. Ihr seid doch meine alten Gehilfen, oder nicht? Ja. Na wunderbar, habt ihr denn wenigstens ein bisschen Ahnung von Landvermessung? Ihr seid zwei Fremde, ich bin eine Fremde, ihr seid zwei Fremdische und ich bin eine Landvermessung. Wir müssen uns darauf einigen, dass wir hier gemeinsam fremd sind. Wir sind zusammen fremd hier. Wir wurden ja von allen Seiten mit Fragen wegen der Briefgeschichte überschüttelt. Da kamen Freunde und Feinde, Bekannte, Verwandte, aber die blieben nur kurz. Ein Kram. Tief und eng. Und dort halten wir uns umarmt wie, wie mit Zangen. Und ich verberge mein Gesicht an dir und du deines an mir und niemand wird uns jemals mehr sehen. Wenn man so weit wie ich von Frau und Kind reist, dann will man auch etwas mit nach Hause bringen. Und wir gehen, um intuition zu sein. Und ich will gelesen, wenn dato nicht mehr an Interessen, bei mir steht. Untertitelung des ZDF, 2020